Freundinnen und Freunde der Sterne, die nächste kosmische Challenge kommt auf uns zu und wenn es gut läuft, wirkt sie wie ein reinigendes Gewitter. Wenn ich mir diese Konstellation so anschaue, dann denke ich an das schöne Mantra, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Beides gleichzeitig scheint gerade irgendwie nicht zu gehen und manchmal ist es vielleicht weise, sich seinen Teil einfach nur zu denken und abzuwarten, bis die Gemüter sich wieder beruhigt haben. Was uns genau erwartet und welche kosmischen Kräfte beteiligt sind, darum geht es in diesem Beitrag. Hui, das wird eine prallvolle Woche mit hoher kosmischer Energiefrequenz, aber nicht einfach zu handeln. Das Beste, was wir machen können, ist Herausforderungen und Probleme als Lernaufgabe zu sehen und uns im inneren Frieden zu üben. Und die 90-Sekunden-Regel, die sollten wir auch nochmal üben, denn die werden wir brauchen. Eine neue kosmische Challenge kommt auf uns zu und diesmal ist Glücksplanet Jupiter beteiligt. Und wenn der sich mit Krieger Mars zusammentut, dann können wir den kosmischen Wohltäter auch mal in seiner Eigenschaft als blitzeschleudernden Donnergott erleben. Dann zeigt er seine überhebliche und dominante Seite. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass sich also Jupiter und Mars zusammentun und einen großen Plan aushacken. Und dann kommt der autoritäre Saturn um die Ecke und sagt, nö, läuft nicht. Erst müsst ihr ein paar Prüfungen bestehen und überhaupt beweist mir erstmal, dass ihr es drauf habt. Aber Jupiter ist der Meinung, was er vorhat, ist grundsätzlich großartig. Und überhaupt, er ist der Größte und niemand darf ihm irgendwas vorschreiben. Und er zieht das jetzt durch, koste es, was es wolle. Und deswegen kommt es nun zum Machtkampf zwischen den beiden großen Playern des Horoskops, Jupiter und Saturn, verstärkt durch Krieger Mars. Das ist ungefähr die kosmische Gemengelage Mitte August. Und wenn wir es mit dem Wetter vergleichen, dann braut sich da ab dem 10. August ein ziemliches Gewitter zusammen. Höhepunkt ist der Vollmond am 19. August. Das kann durchaus ein reinigendes Gewitter sein, aber ein Spaziergang wird das nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich euch für einen Service bieten, um euch hier zu helfen. Und ich glaube, da habe ich was für euch. Kennt ihr schon unseren Jupiter-Report? Darin deute ich zusammen mit meinem Mann, dem Finanzastrologen Ray Merriman, eure Glückschancen mit Jupiter. Aber wir verschweigen nicht, dass der kosmische Wohltäter auch seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel im August, wenn er sich mit Krieger Mars verbindet. Damit ihr schauen könnt, ob Jupiter für euch persönlich jetzt gerade günstig steht oder vielleicht doch ein bisschen heikel und was das auch finanziell für euch bedeutet, gibt es jetzt den Jupiter-Report mit 20% Sommerrabatt. Der Jupiter-Report gilt für ein ganzes Jahr und damit seid ihr auch auf die nächsten Challenges gut vorbereitet. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Seit einigen Tagen schon baut sich eine besondere kosmische Energie auf, denn Powerplanet Mars trifft auf den großen Jupiter und das im intellektuellen Zeichen Zwillinge. Dazu kommt, dass Merkur nun auch am 15. August wieder zurück in den Löwen läuft, wo er gerne große Reden schwingt. Das erzeugt eine starke mentale Energie, das heißt große Ideen und hochfliegende Pläne liegen in der Luft. Vielleicht geht es auch wieder um die Suche nach der Wahrheit oder wir sind kurz vor Abschluss eines spannenden Projekts. Letzte Woche ging das noch schwungvoll los, aber nun gerät auf einmal vieles ins Stocken. Irgendwie geht es nicht mehr vorwärts und dafür gibt es einen Grund. Wir haben eine Saturn-Blockade. Der Prüfungsplanet stellt sich quer und stoppt den mentalen Höhenflug und das bedeutet, Hindernisse tun sich auf, Vorgesetzte lehnen unsere Ideen ab, Transportmittel funktionieren nicht, die Technik versagt, es wird sich darum gestritten, wer Recht hat und was wahr ist. Und wenn wir leichtsinnig Risiken eingehen, auch sportliche, ist auch wieder die Verletzungsgefahr leider erhöht. In abgeschwächter Form hält diese Blockade sogar noch an bis zum 24. August, aber die ganz heiße Phase ist zwischen dem 12. und dem 20. August. Gleichzeitig ist Merkur ja auch noch rückläufig, was sowieso schon Missverständnisse und Planänderungen mit sich bringt. Also, wenn ihr jetzt Urlaub habt, rechnet mit chaotischen Phasen, sei es durch Staus, Flugausfälle, Verspätungen, Probleme mit dem Hotel oder einfach, dass man sich verfehlt, verpasst, missversteht. Auch finanziell ist das eine schwierige Woche, da würde ich von größeren Transaktionen abraten. Aber ich verrate euch jetzt schon mal, dass wir Ende August nochmal einen tollen Aspekt für überraschende Finanzgewinne haben. Falls ihr euch da schlau machen wollt, abonniert doch den kostenlosen Finanznewsletter von Ray Merriman. Der erscheint einmal pro Woche und er wird da garantiert auf diese Konstellationen eingehen. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung unter Wichtige Links. Meine Tipps für diese Woche lauten, umgebt euch mit Menschen, mit denen ihr euch gut versteht und wo alle mit anpacken, wenn es Schwierigkeiten gibt. Nehmt schräge Situationen mit Humor und nicht persönlich. Seid nachsichtig, besonders gegenüber den Zeichen Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische, denn bei denen steht die neue Mars-Challenge mitten im Zeichen. Bedenkt, dass einfach widrige Umstände auftreten können, vielleicht auch durch Wetterkapriolen. Und keiner kann so richtig was dafür. Schuldzuweisungen würden jetzt alles nur noch schlimmer machen. Jetzt müssen wir ins Vertrauen gehen und zusammenhalten. Und schließlich und endlich, macht euch nochmal mit der 90-Sekunden-Regel vertraut. Sie kann euch jetzt wirklich gute Dienste leisten. Damit kommt ihr wieder in eure innere Mitte, wenn es brenzlig wird oder ihr sehr aufgebracht seid. Anschließend könnt ihr die Situation mit mehr Ruhe und Klarheit in den Griff bekommen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut doch da mal rein. Trotz der Herausforderungen, die wir jetzt haben, gibt es auch ein Geschenk des Kosmos. Wir haben nämlich die ganze Woche über einen Heilungsaspekt mit Chiron, dem verwundeten Heiler. So dass ich mir denke, diese ganzen Herausforderungen haben wohl den Sinn, dass etwas geheilt werden soll. In der Gesellschaft oder in unserem persönlichen Leben. Der beste Tag ist dabei, wie schon in der Vorwoche, der Donnerstag, wenn der Mond im optimistischen Schützen steht. Er bildet dann ein großes Harmoniedreieck mit diesem Heilungsaspekt. Dann kann es uns gelingen, dass wir gemeinsam mit anderen oder auch für uns selbst ein Problem bewältigen. Und dieses Erlebnis wird uns dann sehr stärken und zuversichtlich machen. Der Donnerstag kann hier einen Lichtblick oder einen Durchbruch bringen. Allerdings gibt es dann noch mal eine anstrengende Phase über das Wochenende. Da müssen wir uns noch mal richtig zusammenreißen. Denn dann wird Saturn auch die Venus, sprich die Kräfte der Liebe, blockieren. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht mürrisch und kritisch gegenüber dem Partner oder anderen wird, die einem vielleicht nur helfen wollen. Zum Glück gibt es Samstag gute Mondaspekte, die das ein bisschen ausgleichen und Verbindungen zu Freundinnen und Freunden stärken. Oder auch zu einem Netzwerk, wie zum Beispiel unsere ASC-Community. Sonntag läuft der Mond dann in den Wassermann und trifft auf Lilith. Das wäre ein guter Moment, um draußen in der Natur oder im Kontakt mit Tieren inneren Frieden zu finden. Und am Montagabend erwartet uns dann ein Hammervollmond im Wassermann. Was ist daran so außergewöhnlich? Warum macht er uns so nervös? Und auf wen wirkt er besonders stark? Das schauen wir uns dann im nächsten Wochenhoroskop an. Eins kann ich euch jetzt schon verraten. Wenn die Sonne am 22. August in die Jungfrau geht, lässt die ganze Anspannung spürbar nach und wir bekommen harmonische Tendenzen zum Monatsausklang und einen tollen Finanzaspekt. Das waren eure Tendenzen für die 33. Kalenderwoche. Wie die Konstellationen auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten wirken, das könnt ihr jederzeit im großen Monatshoroskop für den August nachschauen. Gibt's auch als Podcast. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.